Hey Thomas, vielleicht eine interessante Frage für alle Arbeitnehmer. ETF im Zusammenhang mit vermögenswirksamen Leistungen, welche Bankbroker machen dafür? Deiner Meinung nach sind scalable, geht zum Beispiel nicht. Ja, die wenigsten bieten vermögenswirksame Leistungen an. Finvesto, die machen das. Bei Finvesto kannst du deine vermögenswirksame Leistungen in ETFs anlegen. Haben wir übrigens auch schon 13 Bewertungen auf unserem Anbieterportal, kann ich euch mal zeigen. 5 positive, 6 neutrale und 2 negative. Könnt ihr euch alles mal durchlesen. Ich verlinke es euch mal hier rein. Für alle, die vermögenswirksame Leistungen in ETFs investieren wollen und das ziemlich kostengünstig. Ansonsten stimmt, es gibt nicht so viele Broker, die das anbieten. Das wäre auch der einzige, der mir einfallen wird. Ah, übrigens, jemand hat auch noch Oskar geschrieben. Auch sehr gut. Haben wir auch im Anbieterportal drin natürlich. Oh, gibt es erst eine Review. Das heißt, wer Erfahrung mit Oskar hat, immer her damit. Das ist so ein Robo-Advisor. Dort kann man aber auch vermögenswirksame Leistungen besparen. Wie ist deine Meinung zur Plattform B-Vestor? Als User hat man da kaum Spielraum, sein Portfolio zu verändern. Jedoch habe ich aktuell eine Entwicklung von ca. 9,9% auf 11 Monate gesehen vor Steuern. Kenne ich nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. I have no clue what that is. 100%ige Tochter der Dekabank. Okay, also gehört zur Sparkassengruppe und ist, let me guess, ein Robo-Advisor. Ich sehe hier zumindest ein Robo. Perfekte Arbeitsaufteilung für deine Finanzen. Also im Endeffekt ist das hier wohl nur ein Robo-Advisor. Wenn ich das jetzt mal so auf den ersten Blick richtig aufgefasst habe. Ja, ich meine 9,9% in den letzten 9 Monaten ist okay. Ist aber jetzt auch nicht krasse Outperformance. Das hättest du auch gemacht, wenn du ein eigenes Portfolio dir gebaut hättest. Also im aktuellen Marktumfeld ist es jetzt keine krass gute Leistung. Höre von älteren Herrschaften, dass es nicht schlecht sein kann, bei einer Bank ein Depot zu haben, obwohl die etwas kosten. Damit sie einen schon mal kennenlernen, wenn man mal von ihnen einen Kredit oder ähnliches benötigt. Was hältst du davon? Ja, sehr guter Hinweis. Also macht es Sinn, bei einer Hausbank, ich meine so Trade Republic und Co, also Trade Republic jetzt nicht, aber Comdirect, Consors und so weiter sind ja auch Banken. Aber macht es Sinn, zu seiner Hausbank eine Beziehung aufzubauen? Und ja, tatsächlich kann das bei gewissen Dingen hilfreich sein, wenn du vorhast, in Zukunft größere Kreditvolumina zu benötigen. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn du irgendwie Immobilieninvestor werden willst oder so. Da ist es wichtig, dass du eine gute Beziehung zur Bank hast, denn die können das Risiko, dein Verhalten gut einschätzen. Was andere Banken zum Beispiel online eher so als Klumpenrisiko abtun würden, ja. Aber du brauchst nicht unbedingt dein Depot dort zu haben, ja. Ich meine dein Depot, das wären dann schon verhältnismäßig hohe Kosten dafür, dass du quasi diese Beziehung aufbaust. Also dann würdest du dir quasi diese Beziehung kaufen. Du kannst auch ein anderswo ein Depot haben und dieses Depot dann zum Beispiel bei der Bank hinterlegen lassen, wenn du einen Kredit in Anspruch nimmst. Also ja, grundsätzlich solltest du, wenn du einen Kredit in Anspruch nimmst, eh nie den Gürtel so eng schnallen, dass es an der Beziehung scheitert oder nicht. Idealerweise sind deine Finanzen so gesund aufgestellt, dass eine Bank sehr gerne mit dir Geschäfte macht. Wie genau funktionieren Tesaurierungen bei ETFs? Es wird immer nur gesagt, die Gewinne werden reinvestiert. Aber wie genau läuft das? Bekomme ich dadurch neue Anteile? Und wenn ja, wann bekommt man diese? Könntest du das bitte erklären? Nein, du bekommst keine neuen Anteile, sondern das gesamte Fondsvolumen wächst. Das heißt, die Anteile, die du hast, wachsen einfach an Wert. Das ist alles. Es gibt keine neuen Anteile. Aber das heißt, die berechnen das dann einfach drauf, obwohl der eigentliche Kurs ja dann eigentlich niedriger ist als das, was du hast, oder? Ja, das wird einfach reinvestiert. Also sagen wir mal, zum Beispiel Apple schüttet jetzt 100 Euro pro Aktie aus. Dann bekommt der Fonds 100 Euro pro Aktie, die er besitzt. Keine Ahnung, sagen wir mal eine Million oder keine Ahnung, 10 Millionen. Und die werden dann aufgeteilt und von denen wird dann genau im selben Mischverhältnis wie die Fondsanteile, die da drin sind, neue Aktien gekauft. Das heißt, für die 10 Millionen werden dann einfach neue Apple, Amazon, Microsoft und was weiß ich Aktien gekauft, die in diesem entsprechenden Fonds drin sind. Das ist alles. Aber du bekommst keine neuen Fondsanteile, sondern ein Fondsanteil beinhaltet quasi, wenn du so willst, mehr Aktien von diesen ganzen Unternehmen. Was ist der Unterschied zwischen einem Fonds und einem Hedgefonds? Ein Fonds ist ein Oberbegriff. Ein Hedgefonds ist eigentlich ein Fonds. Der Unterschied ist nur, im normalen deutschen Sprachgebrauch benutzt man Fonds als aktiven Fonds. Also Fonds ist im Endeffekt nur ein Sammelsorium an Kapital, was wieder in andere Anlageklassen investiert wird. Ein ETF ist zum Beispiel auch ein Fonds. Hedgefonds sind spezielle Fonds, die deutlich risikoreicher sind, die nicht, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Also du kannst nicht als normaler Anleger in einen Hedgefonds investieren. Und Hedge heißt im Endeffekt Absicherung. Das heißt, Hedgefonds arbeiten mit allen möglichen Derivaten und Strategien, die auf Derivaten aufbauen, indem sie zum Beispiel eine Position aufbauen, diese Position absichern und dann je nachdem, in welche Richtung der Kurs läuft, die Reißleine ziehen und dann geht der Kurs hoch. Ganz klassisches Beispiel hier. Der Hedgefonds hat eine Short-Position aufgebaut, also auf fallende Kurse gesetzt. Das ist eine typische Herangehensweise von Hedgefonds. Würdest du mir Trade Republic als Zweitdepot für Einzelaktien empfehlen? Scalable Capital ist ja erst ab 250 Euro möglich. Tatsächlich würde ich da eine Börse aussuchen, wo du ein bisschen mehr Börsenplätze hast, also wo du auch ein bisschen dir den Spread anschauen kannst. Trade Republic ist sicherlich eine gute Wahl, aber kannst du auch mal Scalable angucken oder ganz klassisch so eine Konsorsbank oder so. Eine echte Empfehlung kann ich dir ja derzeit nicht aussprechen, weil wir uns noch nicht intensiv genug mit dem Thema Aktiendepots auseinandergesetzt haben. Bereitest du dich irgendwie auf einen möglichen Crash vor, zum Beispiel mit Hedging oder größeren Cash-Positionen? Und wie siehst du derzeit das Risiko für einen Crash? Risiko für Crash hin oder her? Wir haben leider keine Glaskugel hier im Büro, sonst hätte ich die mal kurz geschüttelt und reingeguckt. Nein, Spaß beiseite. Ich bereite mich nicht auf einen Crash vor. Ich habe mich auch nie auf einen Crash vorbereitet. Ich hatte das Glück, noch eine Cash-Position zu haben in der ersten Corona-Welle, wo ich nochmal gut habe nachkaufen können. Aber ansonsten habe ich jetzt keine systematische Cash-Position und auch keine Hedging-Strategien, denn Hedging kostet immer Geld. Das heißt, also Hedging, im Sinne von Absichern, kostet immer Geld. Das möchte ich nicht, ich möchte das Geld nicht ausgeben. Ich weiß, dass Aktienmärkte langfristig eine Tendenz haben zu steigen und darauf setze ich bei meinem Aktieninvestment und that's it. Und ich versuche auch nicht, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um einzusteigen oder auszusteigen. Deswegen, ich freue mich, wenn die Aktienmärkte hochgehen. Ich freue mich aber auch, wenn sie runtergehen. Dann kann ich nämlich günstiger nachkaufen. Wie stehst du zur Plattform Binance? Ja, Binance ist eine Kryptobörse. Ich habe mir selbst einen Account bei Binance gemacht. Ich finde Binance extrem kompliziert. Also es ist wirklich für Leute, die regelmäßig mit Kryptowährungen handeln. Es ist meines Erachtens aber die günstigste Kryptobörse. Also du zahlst dort wirklich lächerlich wenig, also unter 0,1, wenn du mit diesem Binance-Coin handelst. Also das benutzt, um deine Fees zu bezahlen. Hab mir selbst ein Konto eröffnet, bin noch dabei, mich da ein bisschen zurechtzufinden. Es sieht sehr, sehr fancy aus. Können wir gerne mal ein Video zu machen, wenn ihr das wollt. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr über Bison, wenn ihr über Bison kauft. Allerdings sind die jetzt hoffnungslos überlastet. Deren Verifikationsprozess funktioniert quasi so gut wie gar nichts mehr. Deswegen habe ich mir mal andere Plattformen angeguckt. Ich habe mich bei BISC reingelesen. In Coinbase habe ich ebenfalls ein Konto eröffnet. Da gab es zwar Probleme mit meinem KYC, warum auch immer. Vielleicht liegt das an meinen illegalen Machenschaften. Spaß beiseite. Und Binance. Ja, Binance habe ich mir angeguckt. Ich finde es cool, aber ich finde es ein bisschen zu kompliziert. Muss man sich wirklich reindenken. Aber wenn ich das mal gemacht habe, kann ich vielleicht für euch mal ein Video produzieren. Und dann braucht ihr nicht mehr durch diesen Höllenritt zu erleben. Ich würde gerne mit einem Kollegen von mir in Aktien investieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir die Aktien über ein Konto kaufen können? Dieses Konto soll uns beiden gehören und nicht nur einem. Es gibt Gemeinschaftskonten. Ich weiß aber nicht, ob das nicht nur für Verheiratete geht. Ich denke gerade an das Steuervideo. Das ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen kritisch. Tricky, ja. Bei wem gehört das denn? Ich meine, einer von euch muss das ja versteuern. Tricky. Ich weiß es nicht. Holt euch doch einfach so ein Depot, wo das Handeln so gut wie nichts kostet. So Trade Republic, wo es einen Euro kostet. Oder Scalable Capital für die ETFs. Oder teilt euch zum Beispiel einen Scalable Capital Prime Broker oder sowas. Aber ja. Es ist eine interessante Frage. Aber die Frage ist eher auch, warum wollt ihr es unbedingt teilen? Weil es kann ja auch zu Streit führen dann schlussendlich. Ja, und wie du schon richtigerweise gesagt hast, das Thema Steuern. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überfluss-Clip gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da. Und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest. Oder einfach Clips aus der Finanzfluss-Welt. Dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020